Servus Leute, wir sind wieder zurück in AltisLive. Ja, diesmal ein bisschen was anderes als sonst, nämlich auf dem ATG Eurofighter. Stimmt's? Strahle, Mann? Ja. Eurofighter-Server. Ja, kommt der nächste, geht's schon. Strahle? Irgendwie werden die Sachen nicht gespeichert. Fahrzeuge sind weg, was man rausgeholt hat und Geld ist weg. Nein, meiner ist da. Mein Hunter ist weg. Das kennt's aber ganz normal im Dialekt weiter. Wir sind schon gewohnt, wenn wir so viele Dinge haben. Und vor dem... Wir gehen dann auch ein paar Geld an. Ja, mir fällt's wirklich. Es hat nämlich einen kleinen Service dort gegeben und da ist jetzt ein bisschen was weg. Ja, ich entschädigt mal den Dings wieder. Ja, halt, ich hab noch alles, kann ich sagen. Bei mir ist schon wieder der Tempest weg und jetzt der Offroad auch. Hallo? Ja, warte. Ich spawne nochmal einen Kavala. Ich hab noch. Kachop, schauen wir mal, was für Fahrzeuge es gibt für uns. Hunter 2 Millionen Eglow. Ah, ist der Große. Der Hangar. Ja. Das war ein Problem mit der Datenbank. Ey, wer fahrt denn da? So. Das brauche ich mir einen Kavala. Es passt da nämlich jetzt die Uniform nimmer. Also irgendwie, wenn man die Fahrzeuge umschloss, dann seien sie nach dem Server, ist dort weg. Strahle, ich meine, es passt da auch die Uniform nimmer, weil die ist nimmer das mit dem österreichischen... Hast du jetzt die gelbe Kavala? Ich hab jetzt das gelbe... Nein, 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 ich hab nur die gelben... Ich hab jetzt die schwarze Uniform, aber mit so gelben... Logos. Du kannst das ja gern wieder neu kaufen. Ab und zu ist das... Das ist nur ein Anzeige-Bug, weil bei mir aus dir richtet, zum Beispiel. Das werden wir sich auch noch kaufen. Oh, voll scheiße. Ähm, ich würde mal freuen, wie das ist jetzt mit dem Geld und so, weil... Das ist irgendwie jetzt bei mir... Weißt du weg, was ich hatte und was ich... Ja, beim Server ist die Datenbank auch abgeschmiert. Oh, na, das ist sehr älgerlich. Weil auch vorhin, ich hatte dich, äh, angeschrieben, oder sie... Ähm, also wegen dem Orca, weil wahrscheinlich lag das auch daran, also wegen dem Server-Lexis, der verspielt. Ähm, ja, ist der Freddy noch so... Also ich heiß Finn in Game, also... Ja, ich überweiß da gleich. Ich überweiß da gleich eine Entredigung, okay? Dankeschön. So. Gehst du nicht auf mich, Strahle. Gehst du nicht auf mich? Da ist der Aschi. Ich? Ja. 2 Mille. Und Aschi? Da kann man immer viel sagen, okay? Da ist der Aschi, aber nicht da. Nein, mit der Autor. Michael Pfeiffer traue ich, also. Achso. Danke. Äh... Also, ich habe ans kaum irgendwas gehabt, aber ich muss mir den Lostung wieder kaufen, weil es leider auch... 2 Mille und gib mir das. Gibt's eigentlich ein Zweibein am Server? Nein. Okay. Was muss ich holen? 500.000 habe ich gekriegt. Wie viel kostet da Dingens da... Na, du wirst mir 500.000 geben. Ja, unabsichtlich. Okay, passt. Ah gut. Willst du es wieder zurückhaben, oder? 500.000, erneut. So. Wir haben jetzt einen Haufen gehört, ähm... Jürgen, du müsstest, äh, jetzt 2 Mille haben. Jawoll, vielen Dank. Äh... Wieso werden der Server jetzt zur Strahle? Ist das, weil so viele Eindommern sind, oder? Ja. Weil es allgemein ein neuer Server ist. Äh, hauptsächlich, weil so viele Leute drauf sind. Achso, ja, da sind auch ganz viele schlagartig gejunt. Ja. Ja, es sind so viele auf einmal draufgekommen. Ja, es ist ja Wahnsinn gewesen. Überhaupt jetzt der Vorwader. Ja, das kann vorkommen bei einem neuen Server. Wenn der frisch in der Liste ist und der, weiß nicht, der sehen nachher die Leute, okay, ja. Fynn, du solltest genug haben. Ich weiß nicht, ob der noch hier ist. Ja, dankeschön. So. So immer einen Hunter mal kaufen. Bitte? So immer einen Hunter kaufen. Kannst du kaufen, oder? Für uns? Kannst du kaufen, ja. Passt. Was wichtig ist, was sie machen, ist am Server unbedingt am TeamSWG-Server noch, äh, dass sie, äh, Passwörter vorgibt, für die, grad für den, Polizei-Channel. Ja. War, sag ich mal... Muss ich mal nachgucken, nach Hause. Hat es den Disconnect oder wurde er geklaut? Kannst du bitte mit direkter Kommunikation reden? Ja, wir haben nicht mehr, also wir schauen nur... So ein Offroad-Hobby wieder, aber... So, da ist Strahle, wie kommt das Klärme, den... Äh, das dauert manchmal eine Zeit wieder wieder. Boah, Marco, ja, grave. Wieso ist der Marco überhaupt den Gruppen-Channel für die Polizisten? Der kann nur als Ordnungsamt normalerweise sein, ne? Ja. Achso, soll ich wieder rausgehen, weil ich bin ja nicht bei der Polizisten. Ja, bitte, danke. Okay, mach ich. Aber ich werd ihm gleich sagen. Marco ist Ordnungsamt. Okay. Geh dann wieder. Marco, bitte Channel-Wechsel mit Punkt. So, mal schauen. Äh, warte mal. Was machen wir, Strahle? Äh, ich weiß nicht, wo die anderen gerade sind. Moment, da mal. Da sind viele wieder bei der Kavala-Fahrtplatz. Freddy, was machst du jetzt gerade? Es ist nur einfach, warum... Ah, wir fliegen gerade Patrouille. Dann gehen wir zum Markt, dann gehen wir zum Markt. Passt. Okay. Ihr kommt nur mit dem Hunter angefahren, dass ich gerade höre. Wir fahren gerade mit dem Hunter. Achso, okay. Aber das ist nicht unser Rad auf Warnweiser. Leider nicht wissen, wer ist da. Schauen wir gleich. Wir entdecken. Machen wir Marktplatzkontrolle oder machen wir... Dabei müssen wir mal schauen, äh, die Spieler markt. Warum parkt denn das ein Hunter mitten auf der Straße? Wer? Der Aschi. Haben die Marke eine Kollision da? Normal schon. Äh, ich überlege jetzt gerade, soll man die Spots auffahren oder soll man... Wir bleiben jetzt einmal kurz, bitte da. Passt. Guten Tag, Herr Aschi. Eine Frage, wieso parken Sie Ihren Hunter hier mitten auf der Straße? Dies ist eine allgemeine Verkehrskontrolle. Achso, okay. Ein Polizeihunter ist aber schon klar, dass der... Er macht null Kontrollen hier, okay. Passt. So. Aber da ist schon ein Heftig-Stäbler mit dem Hunter noch... Was? Äh, dass man da seine Fahrzeuge und so, was man nicht in der Garage hat, verliert. Das habe ich am anderen Sivar auch schon eingeschleckt gehabt. Dass nicht in der Garage stehen. Achso, na, das soll das nicht verlieren. Ja, aber ich verliere dauernd. Kann man die Spy-Strips auch wieder wegnehmen? Ja, da sind ja gerade so viele Leute drauf, das ist ein Wahnsinn. Äh, reden die noch alle in den Gruppenchat? Dankeschön. Sofort, äh, warte mal. Ja, bitte sehr. Deines Namen auf 500.000. Okay, danke. Danke schön. Kommen Sie kurz mal mit mir, der ich höre an sich sehr schlecht. So. Ja. Und ich wollte mal fragen, wie der Server hier so ist. Ja, der Server ist jetzt ganz neu aufgesetzt worden, so wie ich das heute mitbekommen habe. Den gibt es jetzt sehr kurzen. Und deswegen ist da jetzt gerade noch ein bisschen mit den Deeswings und so weiter Probleme, aber das wird sich in den laufenden Tagen sicher legen. 3, return to the formation. Und wer redet mich überhaupt. Ich rede mit einem Markblatt. An der Wagen. Du bist auch schon neu als Polizist und redest das so gut. Oder? Oder? Ich kann das so, ja. Ich tue das schon ein bisschen länger. Ja, Hannibal? Ich meine jetzt überhaupt, ich bin neu auf dem Server. Aber ich hilf mal am besten mit dem Polizeichef. Der kann ja... Aber wo kommst du? Verscheidung werden österreichischen. Gut helfen. Was? Ihr lecken. Bippe. 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 Ich tue jetzt Let's Plays aufnehmen und deswegen... Achso. Ich nehme das jetzt auch gerade auf. Ja. Okay. So. Buh, ich bin in der Aufnahme. Genau. Ich tue ja selber eigentlich auch halt eher so PR4 und so. Evolution Effekte habe ich viele gemacht. Du hast noch viele Let's Plays gemacht. 4, man loaf. Immer im Admin online. Vielleicht fangen wir jetzt auch bei 4 Let's Play an, nochmal schauen. Oder Altes Live Let's Play? Altes Live ist genial zum Let's Play eigentlich. Altes Live ist zum Let's Play genial, wenn du ein paar gescheite Leute hast. Und überhaupt so, man muss jetzt halt wirklich eine gescheite Kommunikationsdisziplin, halt mit Muten und so weiter, dass das richtig funktioniert im TS, weil sonst ist halt die Aufnahme komplett für den Hugo. Ja, also wenn andere reden, dass alle leise sind. Ja, dass man sich mutet, wenn man redet. Achso, Muten, ja, ich schau mal. Aber bei mir geht's jetzt auch gerade nicht. Hast du keinen Hotkey eingelegt? Oh ja, aber irgendwie bugger ich heute herum. Ich hab nämlich letztens auf eine runter gesetzte Version vom TeamSpeak, weil ich das für Agra, für andere, AM3-Mod für Alive brauche. Und da ist das ein bisschen, ja, nicht möglich. Wie viele Abonnenten hast du denn? 1150. Oh! Oh, ich mach es seit Oktober. Das ist schon gut. Ich mach es seit Oktober, ja. Du hast auf YouTube wie? Das schreibe ich dir nachher. Den ist halt so wie ich jetzt da im Spiel habe. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin gerade mein LKW-Verkäufer in der Nähe von Kavala. Wenn du auf B druckst, dann müsstest du mehr sehen. Platz 20 steht bei mir. Ich weiß nicht, ob man da durchscrollen kann. Na, Crashfighter. Müssen wir noch. Ich kann dir das nachher ins TeamSpeakern schreiben. Ja. Kann ich den Servernamen hier irgendwie einsehen? Ach, das kann man auch in die Lobby gehen dazu. So. Äh, ja, Servername. Ja, Servername. Wenn man einen Eurofighter im Fenster gibt, hört man die. Oder APG minus für unsere beiden Namen. Und sie betreiben diesen Film. Lala. Vielleicht wollen wir uns nachher noch mal ausdenken. Rockshop. Was kann ich denn hier für anleichten? Ja, mit Transport, keiner kann mich anleichten. Hallo, Polizeichef. Guten Tag, der Herr. So, ich bin wieder bei euch. Ja, ich hab grad das Problem mit dem Muten, weil das bei mir nicht funktioniert. Jetzt rede ich halt doppelt nachher, das ist ein bisschen nervig. Ja, ich hab jetzt überhaupt nichts mehr verstanden, deswegen hab ich mit dem Muten. Ähm, warum gibt's denn jetzt die großen Trucks nicht mehr? Die gibt's eh, nur brauchst du vorher die Schwertransport-Lefense. Ach so, nachher kannst du ein Stück kaufen. Ja. So, wie schaut's denn aus? Äh, machen wir da noch was? So, wir fahren jetzt eine Patrouille. Machen Patrouille, passt. Ja. Wir fahren einmal eine Patrouille in Runde, äh, dass ihr Bescheid wisst. Richtung Erfind. Richtung Erfind. Aschi, du bist jederweil am Marktplatz. Genau so. So wirst du schon regeln. Sollen wir auch auf den Marktplatz zurückkommen? Äh, wäre vielleicht besser, wenn ein zweiter Polizist auch hier ist, ja. Nö. Okay. Ah, da fliegt ja ein Rose Talk. So, ich muss noch geschwinde Effekte wieder runterstehen. Das ist so nervig bei Altis. Ja, ja. Das ist Arma, nicht Altis. Ja, überhaupt bei Arma, ja. Ja. Ah, der steht mit seinen depperten Hand, der so deppert. Ah. Ah. Das heißt, du nicht einmal vorbei kommst. Wenn da Leute mit einem großen LKW kommen, kommen sie nicht vorbei. Ja doch, der Grüne ist gerade 1, äh, 71 gefahren, Markus. Der Grüne passt. Der Grüne? Dann fängst du durch, der Fahrrad, der Fahrrad da vorne. Wir holen ihn ja mal eins. Ich komm gerade mit, wie ist das Blaulicht? Wie ist das Blaulicht? Äh, Blaulicht ist... Ah, wir haben ja nicht. Shift L. Shift L. Nein. Warum geht da eigentlich Shift V nicht? Ohja. Ohja. So, irgendwo da vorne muss einer sein, aber wir werden dem nicht nachher kommen. Sie haben probiert, bei mir ist Shift V irgendwie noch nicht gefangen. Nein, mein Handwerk kommt bei mir nachher. Das wurscht, dann stell dich mal an. Ja. Soll ich langsam fahren, oder passt sich so? Ja, da, ich regle das alles. Wir haben außerorts eine Tempobegrenzung von 150, innerwart 50. Ja, ja, Polizei meine ich. Warte, warte, der Typ. Ah, ok. Ja. Ah. Warte, ich stell mich hinter ihm hin, warte. Ich bin schon ausgeschrieben. Dass er nicht wegfahren kann. Pass auf. Ja. Blaulicht schalte ich noch ein. Und ich komm schon. Guten Tag, meine Herren. Wem gehört denn der Monster Offroad, wenn ich fragen darf? Herr Jan, wenn Sie mit mir reden, ich verstehe Sie leider nicht. Ah, Strahle. Was wollen Sie? Ach so. Ah, gehört Ihnen der Monster Offroad? Welchen? Was, was? Dieses Offroad? Ob der Ihnen gehört? Ob der Ihnen gehört, ja. Ob der Ihnen gehört, ja. Ja, den hab ich gemietet. Vor zwei Minuten oder so. Ja, vielleicht vor fünf Minuten. Äh, ja, weil sie wurden gerade in Kavala geblitzt mit 71 kmh. Äh, wir werden jetzt momentan... Äh, wir werden jetzt... Momentan... Momentan... Ich muss sie gerade mal lauter stellen. So, passt. Wir sehen uns gleich wieder. four Jahrhlt. 四 Jahrhlt. Und schau dir aus. Die